Herzlich Willkommen bei T&R Jachthandel. Wir sind ein mitteldeutsches Unternehmen im Bereich des Handels von Halbgleiter und Gleiterschiffen mit modernem Design, guten Preis-Leistungs-Verhältnis und maximalen Komfort an Bord. Leider können wir Sie dieses Jahr nicht auf der Boot und Pfanne an unserem Messestand begrüßen. Wir würden uns trotzdem sehr freuen, wenn Sie mit uns einen individuellen Besichtigungstermin ausmachen, um unsere Vorführer in der Bauhausstadt Testerosla zu besichtigen. Unser selbst gestecktes Ziel für den Kunden ist, das perfekte Boot für seinen Anwendungsbereich zu finden. Wir sehen uns in diesem Zusammenhang für den Kunden als Servicepartner. Dort können wir aus unseren Lieferketten einzelne Komponenten anbieten, können aber auch Komplettpakete, Trailer, Boot, Motorisierung, Service, individuelle Ausstattung für den Kunden realisieren. Jedoch mit Neuigkeiten muss man auch bei T&R nicht lange warten. Im Januar bekommen wir unsere neue Neon. Das T&R-Tandelt-Team bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde sagen bis bald auf dem Wasser. Das T&R-Tat und jewelry ist sehr